Grüß euch, da ist der Patrick da! Ich bin jetzt wieder einmal auf der Enduro-Strecke, zwar nicht aktiv als Fahrer, sondern als Betreuer und Mechaniker. Bis es bei mir wieder richtig losgeht mit dem aktiven Fahren, würde es mich freuen, wenn wir uns am 24. Juni in Grammerstetten bei der Mista Crosswall sehen. Wir werden uns sicher die Zeit finden und einige Worte miteinander reden. Würde mich freuen, wir sehen uns dort. Bis dann, ciao!